Kennt ihr das, wenn euer Block schon so richtig zerknautscht ist? Ich habe hier die perfekte Ablöse. Wir machen heute ein richtig cooles Deckblatt. Dafür teilt ihr das erstmal in so 8 Teile ein. Und die werden mit Halbkreisen gefüllt. Jetzt könnt ihr Wotestifte oder Filzstifte nehmen und jedes Eck in einer bestimmten Farbe ausmalen. Ich habe das immer so gegenüberliegen, die gleiche genommen. Dann nur noch mit Kleber auf dem Block festkleben. Vielleicht auch euren Namen drauf. Und fertig!